Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach solche Lutscher für Halloween selber machen könnt. Dafür benötigen wir Backpapier, ein paar Bonbons, Zuckeraugen oder andere Sachen zum Verzieren und ein paar Cakepop Stiele. Als erstes bereitet ihr euch das Backpapier vor und packt eure Bonbons aus. Nun verteilt ihr diese auf dem Backpapier. Je nach Größe könnt ihr entweder ein oder mehrere zusammenlegen. Jetzt geben wir das Ganze bei ca. 120 Grad in den Backofen für ca. 5 Minuten. Am besten eignet sich dafür Ober- und Unterhitze. Nach ein paar Minuten im Ofen sind eure Bonbons schon zu Lutschern zusammengeschmolzen. Nun nehmt ihr euch einen Stiel, legt diesen rein und dreht ihn vorsichtig, dass er von dem ganzen Bonbon bedeckt ist. Nun könnt ihr eure Lutscher verzieren. Ich habe mich jetzt hier für ein paar Augen entschieden. Ihr könnt natürlich aber auch alles andere nehmen. Wenn jetzt alle Lutscher verziert sind, lassen wir das Ganze für ein paar Minuten aushärten. Dann könnt ihr sie schon vorsichtig vom Backpapier ablösen. Und schon sind eure Lutscher fertig.